Moin Moins zusammen, hier ist der Trill und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Vlog. Vor ein paar Wochen durfte ich unser Community-Idol, ich möchte schon fast sagen Gott, Matthias Ginter persönlich auf seiner Stiftung Skala treffen. Bevor wir dazu kommen, reisen wir aber nochmal ein paar Jahre zurück. Wie ist Matthias Ginter eigentlich so ein Insider bei uns geworden? Angefangen hat das alles lange, bevor ich überhaupt mit Twitch und YouTube richtig anfing. Wir reisen zurück in das Jahr 2012. Lennart, 18 Jahre alt, macht gerade sein Abitur und spielt noch immer aktiv Trickmania. Nebenbei spielt er mit seinen Teammates den Fußballmanager Comunio, bei dem es darum geht, sich mit einem festgeschriebenen Budget ein Bundesliga-Team zusammenzustellen, bei dem die Spieler basierend auf ihrer Performance Punkte sammeln. Jeden Tag werden auf einem Transfermarkt Spieler angeboten, die man für sein Team kaufen kann und ich habe mich darauf spezialisiert, junge Talente zu kaufen, die oft für den maximalen Mindestpreis von 160.000 Euro zu haben waren. Tiefer als 160.000 Euro konnte ein Spielerpreis auch nicht fallen, also ging man bei diesen Käufen nie ein großes Risiko ein, da man den Spieler immer für denselben Preis wieder verkaufen konnte. So ging also einige Wochen in der neuen Saison 2012-2013 dahin, bis ein junger Spieler vom SC Freiburg plötzlich auf dem Transfermarkt auftauchte. Matthias Ginter. Bis dahin noch nie gehört. Wie immer ging ich darin über, weitere Informationen über die Spieler einzuholen und meine Recherchen ergaben, dass dieser Matthias Ginter erst vor kurzem die Fritz-Walter-Medaille der U18-Nationalmannschaft gewonnen hatte. Eine Auszeichnung, mit der Nachwuchsspielern besondere Leistungen anerkannt und geehrt werden. Den Mann musste ich unbedingt haben. So bot ich virtuelle 250.000 Euro auf Ginter und musste mir am Folgetag den ein oder anderen Spruch von meinen Mitspielern anhören, die nicht fassen konnten, dass ich für einen Spieler, der noch kein einziges Spiel gemacht hatte, so viel mehr als Marktwert bot. Grüße an der Stelle an Winnie und Stoffi. Ein paar Wochen strichen ins Land und dann kam der Tag, der alles verändern sollte. Ein durch viele Verletzungen geschwächter SC Freiburg spielt am 21. Januar 2012 gegen den FC Augsburg und Trainerlegende Christian Streich wechselt in der 70. Minute den 18-jährigen Matthias Ginter ein und stellt ihn in den Sturm. Ein gelernten Innenverteidiger, der zeitgleich bei diesem Spiel sein Bundesliga-Debüt gibt. Und dann klingelt's. In der 88. Minute bei einem Spielstand von 0 zu 0 tritt Michael Lump einen Freistoß in Richtung Strafraum und Matthias Ginter kommt heran und vollendet per Kopf. Meine Jubelschreie von damals hallen, glaube ich, heute noch durch Duisburg. Während ich zu Hause vor dem Fernseher und das ganze Stadion in Freiburg komplett ausrastet, nimmt es Christian Streich während Kaiser einfach nur hin, als wäre das, was eben passiert ist, nichts Besonderes gewesen. Mit 18 Jahren, zwei Tage nach seinem Geburtstag, wird Matthias der jüngste Bundesliga-Goalscorer für den SC Freiburg und erhält zwei Tage später einen Profi-Vertrag für die erste Mannschaft. Was sich meine Trackmania-Mates danach anhören mussten, die mich für den Einkauf beim Bundesliga-Manager vorher noch ausgelacht haben, könnt ihr euch sicherlich denken. Und so wurde Matthias Ginter in unserer Trackmania-Community immer mehr zum Meme. Das setzte sich auch immer mehr bei uns in Counter-Strike durch. Wann immer Felix oder Erik über Fußball redeten, warf ich immer wieder den Namen Matthias Ginter in den Raum. Egal ob es um Neuzugänge bei Real Madrid, dem FC Barcelona oder sonst wo ging, immer kam von mir ein Spruch, dass man sich lieber Matze Ginter hätte holen sollen. Den Messias. Und nach ein paar guten Seasons beim SC Freiburg kam dann auch wirklich der nächste Schritt. Borussia Dortmund verpflichtet Matthias Ginter und er darf sogar 2014 mit zur Weltmeisterschaft nach Brasilien, wo Deutschland Weltmeister wird. Das war für Matze dann auch wirklich der endgültige Durchbruch als absolutes Meme bei uns im Team Schweine M und bald auch in unserer Community. Denn es war nicht schon krass genug, dass der vor kurzem noch relativ unbekannte Matthias Ginter überhaupt nominiert wurde, nachdem ich diesen schon jahrelang angepriesen und meine Mates damit genervt hatte. Nein, Matze hatte zusätzlich noch nicht eine einzige Spielminute bei der Weltmeisterschaft selbst gespielt, war aber auf sämtlichen Teamfotos immer absolut zentriert im Bild positioniert, als hätte er selbst das alles entscheidende Tor geschossen. Was eine Legende. Man könnte ja meinen, dass die Auswechselspieler, die selbst nicht zum Zug kamen, sich auf den Mannschaftsfotos ein bisschen passiver positionieren und den aktiven Akteuren den Vortritt lassen. Aber so nicht unser Matze. Egal ob er vor dem Fotografen stand und sich hier an Stammspielern wie Höwedes oder Mustafi vorbeidrängeln muss, um in der ersten Reihe zu stehen, oder hier auf dem Kabinenfoto nach dem Sieg. Matze ist immer zentral im Bild zu sehen. Hier zwischen Bundestrainer Joachim Löw und Kanzlerin Angela Merkel und er schafft es sogar noch mit letzter Kraft, den Pokal anzugrapschen. Stammspieler Mats Hummel zum Beispiel ist hingegen absolut nicht zu sehen und wem der Blondschopf dahinten im Hintergrund gehört, weiß ich auch überhaupt nicht. Aber Matze mit null Spielminuten ist allgegenwärtig. Er regt den Pokal in den Nachthimmel Brasiliens, lässt sich von den Kollegen feiern, ist auf sämtlichen Gruppenfotos komplett mittig im Bild und gibt selbst auf dem Mannschaftsbus den Pokal nicht aus der Hand. Auf diesem Bild hier stellt er sich sogar mit Absicht, mit dem Rücken zur Kamera, um seinen Namen auf dem Trikot zu präsenten. Was ein Typ. Natürlich dürfte er das Ganze mit einem Schmunzeln nehmen. Wir wissen natürlich, wie wichtig jedes Mitglied der Nationalmannschaft ist, egal ob aktiv spielend oder nicht. Aber ich glaube, ihr wisst jetzt so ungefähr, woher der Wind weht und wieso Matze zu so einem Meme bei uns geworden ist. Felix sagt immer, dass er genauso viele Spielminuten in Brasilien hatte wie Matze selbst und deswegen auch echt mal Bock hätte, den Pokal in die Luft zu recken. Naja, vielleicht ergibt sich das ja irgendwann mal. Kommen wir der Gegenwart aber ein wenig näher. Nachdem wir der Coca-Cola Company 2016 wahrscheinlich hunderttausende Euro Umsatz generiert haben, weil sich zur EM 2016 jeder aus der Community die Matthias Ginter Special Edition Dose gekauft hat und Videos wie Matthias Ginter ist die beste USP Deutschlands viral gegangen sind, kommen wir schlussendlich im Dezember 2018 an. Ich mache meinen Stream Zemba und im Zuge dessen einen Charity Stream für die neu gegründete Matthias Ginter Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, geistig, körperlich und sozial benachteiligte Kinder im Großraum Freiburg, Matzes Heimatstadt, zu unterstützen. Der Stream eskaliert komplett und wir sammeln insgesamt über 10.725 Euro mit 530 Beteiligten für die Stiftung und werden sogar von Senpai Matze höchstpersönlich auf Twitter dafür genotist. Kurz darauf bekomme ich sogar eine E-Mail von Sport1, die gerne einen Beitrag auf ihrer Webseite über den Spendenstream schreiben möchten und gebe dort ein kleines Interview. Absolut surreal. Einige Wochen später erhalte ich dann noch ein Paket aus Freiburg, Absender Matthias Ginter Stiftung. Darin der Matthias Ginter Stiftungspokal, den mir Christina, die Freundin von Matthias zugeschickt hat und der noch immer zentral auf meinem Wandregal steht. Ich habe halt vom Besten gelernt. Und jetzt kommen wir endlich zur Gegenwart. Ich gehe nichts ahnend im September, fast ein Jahr nach unserem Charity-Stream zum Briefkasten und finde einen weiteren Brief von der Stiftung. Darin eine Einladung zur diesjährigen Matthias Ginter Stiftungsgala. Ich konnte es nicht fassen. Ich, der 24-7 locker im Jogger vor dem PC sitzt, soll nun im Anzug zu einer Galaveranstaltung von Matthias Ginter gehen? Mega geil halt, aber das traue ich mich niemals. Also erzähle ich im Stream davon und Swanny meldet sich im Chat, dass er mitkommt. Hm, denke ich mir. Swanny ist auch nicht ganz richtig im Kopf. Er hat mehr Erfahrung mit High Society an Essen als du und mit ihm wird es wenigstens witzig, wenn es awkward weird. Naja gut, nach einem kurzen Austausch bei WhatsApp steht fest, wir gehen da hin. In der Einladung stand aber noch, dass ich gerne mit Begleitung zur Stiftung kommen dürfe. Aber wie viele Leute sind damit gemeint? Also schrieb ich kurz nochmal eine Mail an Christina Ginter, um zur Erfahrung, ob ich nicht noch eine weitere Person mit zur Stiftung nehmen könne, nämlich Yannick, bei euch bekannt als Paralappen, der alleine 2000 Euro und damit sein komplettes Weihnachtsgeld für die Matthias Ginter Stiftung im Spendenstream hergegeben hat. Wenig später kam dann auch die Antwort von Christina, ist alles cool, wir dürfen zu dritt kommen. Ich bin ja noch bis zum Vortag auf der Rapid Line in NRW gewesen, hab Paralappen dann am Montagmorgen noch in Montabaur abgeholt. Swanny kommt aus Stuttgart, der hatte es dann mit dem Zug auch nicht ganz so weit, zwei, drei Stunden und wir wollten die Nacht auch unbedingt dort übernachten und haben uns dann hier eine Wohnung genommen. 50 Euro pro Person die Nacht haben wir bezahlt, also vollkommen okay. Eine ganze Wohnung, wo jeder ein eigenes Schlafzimmer hat. Wir haben eine große Küche, großes Schlafzimmer jeweils, ein großes Badezimmer und ein super cooles Wohnzimmer, wo leider der Fernseher aber nicht ging. Raucherbalkon war sogar auch am Start, also mit der Location hier in Freiburg mega nice. Die Stadt ist auch echt schön, muss ich sagen. Und haben uns dann kurz später mit Swanny beim Vapiano in der Stadt getroffen. So, die Gang ist komplett. Das war die ZS-Stand. So, wir waren gerade beim Vista Vapiano essen. Haben gerade die Info bekommen, es gibt auch bei Matze gleich was. Aber, ja, wir schauen mal. Unser Hotel ist gleich da vorne. Zum Matze geht es nach da hinten. Irgendwo da ist die Kirche, wie heißt die Münster? Münster Kirche? Ja, das ist Münster. Alter Münsterplatz. Anderthalb Stunden haben wir noch. Ihr seht uns gleich in den Anzügen vorher. Mal gucken wir gleich mal, wie er aussieht. Wir müssen gleich los. Und Swanny, wie heißt das überhaupt? Einsteckdruck. Das ist Einsteckdruck. Und Swanny ist fast so gut. Duer Wichtzitter. Und Swanny muss bügeln, aber wir haben kein Bügelbrett. Du musst oben auf den Knopf drücken, den blauen. Nee, dann kommt Wasser raus. Ja, nein, aber nicht auf mich. Kannst du das nicht einfach so auf dich draufdrücken? Hä? Digga, nein. Nur kurz? Nein. Scheiße, wir sind so last. Keiner weiß, wie man eine Krawatte bindet. Doch, nicht auf dem Tisch. Achso, ich dachte schon. Digga, das zeigt mir. Doch. Junge, ich schaufe es mal an. Was denn? Ich schaufe es mal an. Warte, hier. Wie sieht denn das aus auch? Ja, ich muss das hier. Oh, oh. Guck das einfach da drauf um. Warum feuert das so? Oh, geil. Oh, ich gehe weg hier. Sei mal zu gut? Ja, safe, safe. Gib mir ein Auto. So, da ich leider zu blöd bin, mir die Krawatte selbst zu binden, muss Paralappen jetzt vorbinden. Das sieht auch professionell aus. Scheißanzüge, shit. Ready für Matze? Ja. Ich sage euch gleich nochmal die Outfits. Wir haben gerade anderthalb Stunden gebraucht, uns alle anzuziehen, Krawatten binden fünfmal. Okay, okay, gerade. So, wie teuer ist dein Outfit? Hier haben wir jetzt Swani CS mit seinem Gucci Mars angefertigten... Mit dem goldenen Hirsch, einer Gucci Krawatte. Wir können jetzt voten, 1 bis 10, Swani? Ja, es wäre 8 oder 9 auf jeden Fall. Paralappen. 500 Euro Anzug. Also, Swani 1,5k Anzug. Und jetzt sind wir Lennart in seinem... 90 Euro Anzug. 90 Euro. C und A. Oh ja. So, jedenfalls haben wir jetzt 18.50 Uhr. In 10 Minuten müssen wir da sein. Man muss auch diesen Münsterplatz finden und den Bahnhof für uns so scheiße in den Anzügen rumzurennen. Das ist so kacke. Wir sind da, wir sind da. Nervös? Und rein? Die Location war ja das historische Kaufhaus in Freiburg. Wirklich super schöner Saal, wo wir dann hier mit den ganzen Leuten drin waren. Wir kamen erstmal rein, wurden dann oben direkt von Matthias und Christina in Empfang genommen. Konnten dann mit den beiden noch ein Foto machen. Und im großen Saal gab es dann Live-Musik. Hier hinten in der Ecke war Harry, der Zeichner. Der hat für den kompletten Abend dann ein Bild gemalt, was am Ende auch in der Tombola versteigert wurde. Die kommt am Ende noch. Da sind dann ein paar Sachen rausgegangen, wie zum Beispiel ein Trikot von Neymar, ein Ginter-Trikot. Es wurden Lose verkauft, mit denen man zum Beispiel irgendwelche Fußbälle unterschrieben gewinnen konnte. Und wir haben dann noch ein bisschen mit dem Harry geredet und der hat mir dann sogar angeboten, mich zu malen. Übrigens, der Gitarrist, der hier spielt, der war gestern noch bei The Voice of Germany. Der ist in The Battles rausgeflogen. Wusste ich aber auch nicht. Ich kann es gerade eben erst mal fahren. Ja, zu unserer großen Überraschung kam dann auch noch Bundestrainer Joachim Löw vorbei. Den haben wir dann auch noch ganz kurz um ein Foto gefragt. Bei manchen hat es besser geklappt als bei anderen. Desto größer und väter wir dann wurden, desto mehr stieg das Disinteresse bei Herrn Löw, mit uns ein Foto machen zu wollen. Aber wir haben immer ein Foto gemacht. Und danach ging das Programm los, wo ich nicht mehr ganz so viel gefilmt habe. Es wurden viele Projekte vorgestellt, die Matthias und Christina unterstützen. Es gab auch einige Live-Acts, wie zum Beispiel von Tanztraum Freiburg. Das ist ein integratives Tanzprojekt, was die Matthias-Ginter-Stiftung unterstützt. Und die bietet Mädchen und jungen Frauen mit und ohne Fluchterfahrung die Möglichkeit, an wirklichen Tanztrainings teilzunehmen. Die haben dann dort auf der Stage performt. Overall habe ich aber nicht ganz so viel von der Show gefilmt, weil ich zum einen natürlich den Abend genießen wollte und zum anderen nicht die ganze Zeit mit einer Kamera in der Hand da durch den Saal rennen wollte. Ich denke, ihr versteht das. Was ich aber natürlich auf jeden Fall nochmal filmen wollte und was Wanny auch tatsächlich umgehauen hat, das Essen vom Sternekoch Thomas Märkte, der da einige geile Teller kredenzt hat. Es war echt der Hammer. Mega, mega krank. Svanny hat sich gleich die zweite Portion gewollt. Ja, die dritte. Die dritte schon von mir. Super, super gut. Ja, das war echt der Wahnsinn. Also ich glaube, Svanny hat in seinem ganzen Leben zusammen noch nicht so viel gegessen wie an diesem einen Abend in der Matthias-Ginter-Stiftung. Ihr seht hier, der konnte sich kaum noch bewegen, als wir da rausgingen. Ein paar Lappen hat es sich ausschmecken lassen und der Harry hat in der Zwischenzeit hier richtig viel noch gemalt. Denn kurz darauf fing auch die Tombola an. Ihr müsst euch vorstellen, man konnte sich für 25 Euro ein Los kaufen, wo dann Posten wie ein unterschriebener Fußball von Gladbach, ein Trikot von Matthias-Ginter, ganz viele Sachen von Sponsoren, von Nike, es gab Uhren. Es gab eben ganz viele Sachen, die dann verlost wurden. Am Ende gab es dann natürlich noch die Versteigerung, wo wir uns dann auch mit reingemacht haben. Ich habe dann für jeden von uns einen Los gekauft und wir hatten die Nummer 124, 125 und 126. Hier mal das Trikot von Oli Baumann, von Hoffmann. Oh, Oli Baumann. Wer? Der ist auch getragen. Den habe ich bei FIFA, der ist krass. Auch unterschrieben. Den habe ich krass. Auch unterschrieben. Wo haben wir es denn? Da ist es tatsächlich. Das wäre so safe, der Held. Spons Oliver Baumann, mit Holger, Kinski, Hoffenheim. 154. Oh, ich habe 14, 20. Wie gut, dass du das genießen. Ja! Das war natürlich eben sehr. Nein. Das ist irgendwie so spannend hier. Das hört man. 129. Noch. Ja. Jetzt macht es mit dem goldenen Händchen. 156. Noch. Jetzt ist es richtig. Nein. 156. Noch mal. Arke Brügeling. Wie rollt. 166. Oh. Nee. Ich bin tot. Leider kein Glück bei der Verlosung bei uns, auch wenn es einige Male knapp war. Danach wurden aber noch drei weitere Sachen verlost, beziehungsweise versteigert. Das war zum einen ein Trikot von Neymar, was von der kompletten Nationalmannschaft Brasiliens unterschrieben wurde. Ein rotes Trikot, was glaube ich vom SC Freiburg war und von dem Team unterschrieben wurde. Und dann zu guter Letzt noch ein Original von Matthias Ginter getragenes Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Was der bei den European Qualifiers gespielt hat und auf der Rückseite sogar unterschrieben hat. Wir haben uns im Vorfeld ja keine wirklichen großen Gedanken gemacht, wo wir das Startgebot festlegen wollen. Ich kann nur sagen, wenn man sich so ein Trikot ganz normal käuflich erwerben möchte, zahlt man mit Sicherheit. Ohne Unterschrift, ohne dass es getragen worden ist von einem Nationalspieler namens Matze Ginter mit sich als 70, 80 Euro. Und ich denke, deswegen können wir bei 100 starten. Locker starten. Wer ist bereit? 100 Euro für das Nationalmannschafts Trikot von Matze Ginter. Hier 100, Arm rück hoch. Sehr gut, 150. 160. Wer macht 180? Das muss schneller gehen. Wir haben nicht so viel Zeit. 180 hier, wir haben 200, 200, 220. 250. Es ist getragen. 250. Sehr gut. Tisch 3. Liegt der Flügel dahin. 320. Ja, 320, 350. Schläge mal bei. Haben wir 350? Ja, haben wir. Haben wir? Mach die Augen. Zusammen. Ja? Zusammen. Jetzt, halb ja. Jetzt mach ich euch. 400. Nein, das ist nicht schön zu zahlen. 4,20. Ist gut. Ist gut, ja. 4,20. Sehr gut. 4,50. Wer ist bei 4,50 mit dabei? Wir warten. 5,20. 5 mal zum Ersten. 5,20. 5,50. Echt nicht? Ich euch mit 5,40. 5,38. Nein, Münzen drauf. 5,40. 5,40. 5,40 zum Ersten. 5,60. 5,40 zum Zweiten. 5,60. Wer möchte noch? 5,60 Euro. 5,40 zum Zweiten halten. 5,40 Euro. Gratulation an euch. Danke. Da ich mich riesig drüber gefreut, ist natürlich eine Stange Geld, aber im Endeffekt geht das Geld natürlich der Stiftung zugute. Deswegen weine ich da auch absolut nicht einem einzigen Cent nach und ich bin einfach froh, so eine coole Erinnerung mitgenommen haben zu können. Danach wurde noch das von Harry gemalte Bild verkauft. Der war letztes Jahr schon auf der Stiftung und hat uns gesagt, dass sein Bild da, glaube ich, für 3,500 oder vielleicht sogar 4,500 Euro verkauft wurde. Die Versteigerung war dieses Mal aber super zäh. Das tat uns irgendwie echt richtig leid, weil ich glaube, da haben einige Leute gesessen, die echt eine Stange Geld zu Hause auf dem Konto liegen haben. Das war eigentlich das Einzige, was an dem Abend nicht so cool war, dass der Harry da drei oder vier Stunden an dem Bild malt und am Ende bietet da niemand der Leute irgendwie über 300 Euro. Habe ich auch schon überlegt, noch mitzubieten. Dann hat Yannick mir aber die Entscheidung abgenommen, hat dann mitgeboten. Am Ende konnte er die Gebote dann bis 700 Euro hochpushen, sodass das Bild wenigstens noch zum einigermaßen guten Preis weggegangen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bild echt nur für 300 Euro weggegangen wäre, wenn Yannick da nicht eingeschritten wäre. Also Hut ab nochmal an Paralappen und Svanny. Overall war das aber wirklich ein super geiler und unvergesslicher Abend. Vielen, vielen Dank an Svanny und Paralappen, dass ihr mitgekommen seid. Und wir werden natürlich auch dieses Jahr im Dezember wieder ein Stream-Cemmer machen, wo ich mindestens drei Charity-Streams wieder machen möchte. Und ihr könnt euch sicher sein, dass einer davon definitiv wieder der Matthias-Ginter-Stiftung zugutekommen wird. Ich hoffe, ihr habt da auch wieder Bock drauf und dass euch das Video heute gefallen hat. Ich würde mich über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Haut rein! Outro 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 Vielen Dank.